Die Final-Race des Airfield Race 2010. Markus Haberleitner auf der linken Spur im blauen Mazda 323 GTR. Sein Gegner heißt Stefan Blass im silbernen Golf 1. VR6 Turbo rechts. Bei dem Mazda, der Juncker oder Golf. Fotofinisch, Herzschlag-Finale beim Airfield Race. Absolutes Herzschlag-Finale. Stefan Blass ist durch. VW Golf 1 VR6 Turbo. 11,17, 5,8 die Zeit. 199,52 kmh. Stefan Blass im VW Golf 1 VR6 Turbo. Der Champion in der Klasse.